Auf den ersten Blick ist Microbrick ein bescheidenes Material, zusammengesetzt aus nichts weiter als Pilz und Sägemehl. Doch wenn man genauer hinschaut, erkennt man in seiner Einfachheit eine ungeheure Kraft. Eine Kraft, die die Grundlage dafür bildet, wie wir über Materialien, über Bau und unserer Umwelt denken und wie wir die Herausforderungen der Nachhaltigkeit angehen. Das Mycelium, das Netzwerk aus feinen Pilzfäden, ist der eigentliche Held dieser Geschichte. Es hat die erstaunliche Fähigkeit, die einzelnen Partikel von Sägemehl zu binden, sie zu umschließen und zu einem festen Block zu verwandeln. Dieser Prozess ist nicht nur faszinierend, sondern auch ein Wunderwerk der Natur. Durch die Nutzung des Myceliums als natürlichen Klebstoff haben wir einen Weg gefunden, ein Produkt zu entwickeln, das wir verschiedenen Prüfungen unterzogen haben, um die Materialeigenschaften zu ermitteln. Unser Produkt ist sehr schlecht entflammbar. Im Vergleich zu einer Pressspanplatte ist er aber weniger stabil. Dieser Ansatz stellt unsere herkömmlichen Bau- und Herstellungsprozesse in Frage, beispielsweise in der Herstellung von Isolationsmaterial, und öffnet die Tür zu einer Welt, in der wir im Einklang mit der Natur arbeiten, anstatt gegen sie. In einer Zeit, in der die Ressourcen unseres Planeten immer begrenzter werden und der Ruf nach naturnahen Lösungen lauter wird, bietet der Mycobrick einen Ansatz zur Lösung eines Problems im Baugewerbe. und der Bedeutung Und das hat die Rupp aller ca Understood gearbeitet. Das wars für mich jetzt und der Roman in der DDR